Und am Start der Schweizer Superman, Fabian Bösch. Diesmal startet er mit einem Backflip 180 aus dem Startgäng. Also würde mich auch wundern, wenn Fabian Bösch nicht auf dem Weg zum Knuckle schon mal ein, zwei Flips machen. Das ist ein Knucklehack. Wie geil ist das denn? Das ist ein Knucklehack. Und jetzt ein Double Frontflip über den Knuckle. Nice. Fabian Bösch schafft es, vier Flips in einen Knucklehack zu bringen. Ich bin begeistert. Danke, Fabi. Wofür er am Knuckle ankommt, schon zwei geile Banger rausgehauen. Mega. Ich muss sagen, gibt mir weitaus mehr als Snowboard-Knucklehack dieses Jahr. Allein schon wegen ihm. Ich kann nur sagen, Fabian Bösch hat den Sport verstanden.